Guten Abend. Es passieren immer komische Sachen. Ich habe mich als arbeitsloser Pokémon-Trainer verkleidet. Akkurate Alltagsbeobachtungen. In Hamburg nennt man Brötchen wirklich Rundstück. Wo man sich wirklich fragen, wie wenig Bock kann eine Marketingabteilung haben. Und brutale Ehrlichkeit. Mama, Papa, habt ihr denn schon mal Drogen genommen? Mir ist gleich der Joint aus dem Mund gefallen. Stand Up 3000, die neue Staffel. Freitag 0 Uhr auf Comedy Central Plus 1. 2. 9.